Viele Lokführer fahren gut, aber wir fahren Güter. Und dazu strahlen wir noch, wenn auch nicht über beide Ohren, sondern radioaktiv. Wir haben heute den Auftrag, einen Atommülltransport aus dem Atommülllager Asse Schacht 2 in Niedersachsen bei Braunschweig zu fahren. Der Zug geht nonstop nach Kiel, so ist es jedenfalls geplant. Entlang der Strecke stehen an einigen Bahnübergängen Polizeikräfte, um potenzielle Demonstranten fernzuhalten. Achten Sie auf die radioaktive Ladung, Höchstgeschwindigkeit ist 100 km pro Stunde, PZB Zugart M. Und damit recht herzlich willkommen im Trainsimulator zu einer weiteren Fahrt, heute mal mit der Class 66-9. Besser gesagt der deutschen Baureihe 247, eigentlich aber auch gekennzeichnet als Baureihe 266.4. Wir haben heute einen Castortransport, den wir fahren dürfen. Wir starten hier im Bahnhof von Plön und hinten dran sieht man sie schon, unsere Castorwagen. Die sind in diesem Fall allerdings aus England, beziehungsweise Großbritannien. Und ja, hinten dran hilft uns noch eine Freund Gravita. Genau dieselbe Lokmotive, die hier gerade im Bahnhof Plön durchfährt. Mit einem, naja, ziemlich schicken Holztransport. Die Lokmotive ist von Void, als Baureihe 261.0.44 hängt sie hinten dran. Und das andere war ja auch entweder eine 261, es könnte auch eine 260 oder eine 265 gewesen sein. So, unser Signal steht aber auf grün. Wir dürfen ausfahren mit 60 km pro Stunde, sollten aber jetzt auch endlich mal die Lokmotive richtig fertig machen. Und dazu schalten wir uns unter anderem die Beleuchtung hier drin ein. Instrumentenbeleuchtung auch noch. Dann stellen wir innen drinnen mal die Bremse auf Lösen. So, der Strich soll dann hier oben bei der 5 ankommen. Wunderbar. Fahrtrichtungssender geht nach vorne. Die PZB schalten wir uns auch noch ein. Mittlere Zugart war angegeben. Und ja, sogar Höchstgeschwindigkeit 100 km pro Stunde. Na gut, dann würde ich mal sagen, dann legen wir los. Leistung aufschalten und dann raus aus dem Bahnhof von Plön. Genau, 60 Lämpchen leuchtet auch noch grün. Und dann schalten wir langsam die Leistung auf. Ja, heute müssen wir ein bisschen vorsichtiger fahren. Wir haben radioaktive Ladung hinten dran. Wenn es auch nur Atommüll ist. Aber der strahlt schon genug. Da möchten wir keine Gefahren riskieren. Und ja, hinten drauf befinden sich diese sogenannten Castro-Behälter. Das sind in dem Fall halt wirklich, ja, Behälter, die einerseits die radioaktive Strahlung von und ganz abschirmen sollen. Und andererseits sind sie so konstruiert worden, dass sie möglichst großen Kräfteeinwirkungen standhalten. Dass bei einem, naja, Unfall zum Beispiel halt nicht die komplette Umgebung verseucht wird. Ist ja auch wichtig. Ist ja halt Gefahren gut und, naja, besondere Fahrsichtsmaßnahmen sind da halt gang und gäbe. Normalerweise würde auch so ein Castro-Transport nicht mit, ja, 100 Kilometern pro Stunde erfolgen. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass diese Fahrzeuge langsamer fahren. So, zu unserer Linken haben wir noch einen der großen Plöner Seen. Denn gerade hier rund um Plön herum ist die Seenlandschaft wirklich sehr ausgeprägt. Dort war ich auch schon im Urlaub. Einmal. Aber da war ich noch wirklich winzling, muss man einfach sagen. So, bei der Lokomotive hinten leuchten gar nicht die roten Rücklichter, merke ich gerade. Das sollten wir eigentlich mal schlau nichts ändern. Das Gute ist, in die Lokomotive können wir einfach mal schnell reinspringen. Und das war jetzt die andere Seite. So, mit 100 dürfen wir dann auch gleich fahren. Können wir die Leistung noch erhöhen, auf höchste Stufe. Und hier hinten dann nochmal ganz kurz in der Folie die Gravita, das rote Rücklicht einstellen. So, bei so einem Kastortransport sollte das Ganze möglichst ordentlich verlaufen. So, hier auch wieder die Polizeiautos. Wie bereits angekündigt. Einfach um mögliche Gefahren abzuwenden. Die stehen auch scheinbar nicht an jedem Bahnübergang. Nur an denen, wo sie, naja, wahrscheinlich Gefahrenschwerpunkte vermuten. Das Ganze ist auch so ein bisschen mit Zufall überlassen. Naja. So, mittlere Zugart begrenzt uns automatisch schon auf 120 km pro Stunde. Und laut Anweisung dann halt, ja, heute für uns die 100 als Höchstgeschwindigkeit. Die Lokomotive gibt's bei Dovetail Games, auch über Steam erhältlich. Die Strecke selbst, Kiel, Lübeck ebenfalls. Die Folie Gravita, Bauerei 261, gibt's genauso bei Dovetail Games, sprich bei Steam. Und die, ja, Kastortransportwagen hier hinten, die müssen zusätzlich erworben werden. Weiß ich jetzt aber gar nicht, von wo genau die sind. Auf jeden Fall, die gibt's nicht bei Steam. So, dann zischt der Zug durch. Und die Polizeiautos bleiben im Schatten. Die 100 km pro Stunde hätten wir erreicht. Dann schalten wir die Leistung runter. Einerseits, um den Diesel zu sparen. Und andererseits, damit der Zug nicht entgleist, wenn er noch schneller wird. Und ich sehe noch was ganz Wichtiges, was ich vergessen habe. Wir stellen hier mal auf Waren um. Denn bei der Class 66 hier, also gesagt, Class 66-7, auch eingereiht als Class 77, haben wir die Möglichkeit, zwischen Passagieren und Gütern umzustellen. Das ist immer davon abhängig, was halt hinten dran hängt. So, wir müssen auf 80 hier runter bremsen. Und da wir die mittlere Zugart haben, müssen wir sogar auf 70 runter. 80 sind unterschritten. Und die 70 auch. Bremse wieder lösen. Das dauert immer ein bisschen länger. Oh. Ja, hier hat schon mal jemand scheinbar versucht, eine Art Barrikade zu errichten. Und da wird noch fleißig weggeschaufelt. Ist ja cool, die bewegen sich sogar richtig. Das ist krass gemacht. So. Das ZS3-V wird auch nochmal bestätigt. Signal blinkt mit KS1. Und das ZS3 dann hier 80. Wunderbar. Können wir uns auch befreien. So, die PZB macht jetzt auch komischerweise gar keine Geräusche. Aber, naja. Hauptsache, sie drückt uns erstmal keine Zwangsbremsung rein. Ach, wir werden aufs Abstell-Gleis rübergeleitet. Oder aufs Umgehungs-Gleis. Dann hier nochmal eine 8. Das Ganze wird quittiert. 1000 Hertz ist komischerweise nicht aktiv. Und dann geht's auch hier wieder mit 80 raus. Ja, da hätte uns aber auch die Fahrdienstleitung über das äußere Gleis schicken können. Dann hätten wir nicht den Umweg über die engen Weichen machen müssen. Dann wären quasi gerade ausgeleitet worden. Und ja, der Gleisbogen wäre größer. Aber, na gut. Ja, ganz typisch auch für die Class 77, respektive Class 66-9, dass sich der Führerstand in Fahrtrichtung auf der linken Seite befindet. Was einfach daher rührt, dass die Lokomotive, naja, keine deutsche Fabrikation ist. Die wurde im Ausland gebaut. Und, ja, in dem Fall hier halt auch für das deutsche Schienennetz zugelassen. Man muss auch sagen, die Class 66 hier, ist nicht direkt von DB Cargo. Die wurde, glaube ich, von der Euro Cargo Rail in Dienst gestellt. Das ist ein, naja, Tochterunternehmen von der Deutschen Bahn AG. Und die haben sich halt einige Lokomotiven der Baureihe 266.4 oder auch als 247 gekennzeichnet unter den Nagel gerissen. So, hier drin bestimmt auch noch alles. Wunderbar. Ja, wieso Class 67 oder Class 66-9? Das Ganze rührt daher, dass die Class 66 bis, ach, bis vor einigen Jahren jedoch noch ganz normal gebaut werden konnte. Da gab es keine Probleme. Da dann aber eine EU-Abgasrichtlinie oder Abgasnorm in Kraftdraht, muss dort diverse Modifikationen vorgenommen werden. Dadurch wurde auch unter anderem, ich glaube, die Lok um 5 Tonnen schwerer. Dann hat man einen kleineren Tank dafür eingebaut. Es sollte auch die Geräuschkulisse im Führerstand minimiert werden. Alles so, naja, Feinheiten, die halt durch diese Umbauten zustande kamen. Und dadurch ist dann letzten Endes die Class 66-9, respektive Class 77 oder halt auch in Deutschland als 266.4 oder als 247.0 bezeichnet entstanden. Ja, soviel erstmal zur Lokmotive. Die Lokmotive ist, wie gesagt, eine Großdiesellokmotive, zählt mit zu einer der stärksten Diesellokmotivserien in Deutschland. Aber nicht nur in Deutschland, auch in Großbritannien findet die Lokmotive zahlreiche Abnehmer. Besonders natürlich die Class 66 in der Ursprungsvariante. Natürlich wird es von der Lokmotive auch immer wieder Weiterentwicklungen geben. Das steht ohnehin fest. Das ist einfach auch wirklich mit einer der populärsten Lokmotiven, die man, ja, in ganz Europa antrifft. Aber nicht nur in Europa werden diese Lokmotiven eingesetzt. Ich glaube, ich möchte jetzt nicht lügen, teilweise wurden sie auch nach Indien verkauft. Aber das ist wieder eine komplett andere Eisenbahnwelt. So, hier kommt unser Zug durchgeschossen mit dem Kastro-Transportwagen und die Fort Gravita hinten nochmal dran. Ja, zur Fort Gravita könnte ich jetzt auch nochmal einige Worte verlieren. Kurz gesagt, es gibt in Deutschland drei offizielle Baureihen. Baurei 260, 261 und 265. Diese unterscheiden sich in den Lokmotive-Typen Fort Gravita 10 BB, Fort Gravita 10 BB, Fort Gravita 15 BB und Fort Gravita LBB gibt es, glaube ich, noch. Es müsste Variante 15 dann auch sein. Also drei offizielle Loktypen, sag ich mal. Genau, 15 LBB ist die andere. Die unterscheiden sich halt alle wieder, ja, in Leistung, Motortyp und kleinen anderen Feinheiten. Ja, ein bisschen mehr Leistung brauchen wir schon. Das geht schon aber gerade bergauf. Was ich auch schön finde, auf der relativ neuen Strecke Kiel-Lübeck gibt es die wunderbaren Hektometer-Tafeln. Das sind diese kleinen, naja, weißen Schildchen hier immer am Fahrbahnrand mit schwarzen Ziffern. Die sagen quasi dem Lokführer, wo er sich aktuell auf der Strecke befindet. Und ja, das erfolgt halt in, ja, so 200 Meter Schritten. Also hier 19, 0 spricht in dem Fall dafür, dass wir jetzt genau am Kilometer 19 sind. Die untere Zahl gibt dabei immer die sogenannten Hektometer an, woher auch der Name dieser Tafeln abgeleitet wurde. Jetzt halt Streckenkilometer 18 bei 600 Meter. Dementsprechend 400. Und so geht es halt immer weiter bis zum Ende oder zum Anfang einer Strecke. Zwischendrin können dann auch immer wieder Kilometrierungswechsel erfolgen. Das kommt meistens dann zustande, wenn entweder neue Strecken einmünden oder aber auch bestimmte Strecken umgebaut wurden, so dass sich im Verlauf der Jahre halt, ja, der Schienenweg zum Beispiel verkürzt hat oder verlängert, weil entweder Kurven hinzugekommen sind oder, ja, Gleisbögen weggefallen. Je nachdem, wie das halt bei den aktuellen Streckengegebenheiten aussieht. So, die LF6-Tafel hat gerade die Kennziffer 10 gehabt. Das heißt für uns auf 100 Kilometer pro Stunde runterbremsen, die wir ja sowieso ohnehin einhalten sollten. Und dann legen wir wieder eine Leistung dazu. Ich glaube auch, die Class 66-9 hier hat so eine Art Tempomaten. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wo wir den aktivieren. Jetzt sehen wir das erstmal auf grün, das ist das Wichtigste. Weil der hat hier so einen roten Zeiger mit im Tacho drin. Und normalerweise kann man diese Tachonadel dann einstellen auf einen Geschwindigkeitswert, den man halten möchte. Aber ich sehe jetzt hier auch gerade im Führerstand nicht die Möglichkeit, wo ich den aktivieren kann. Hier drüben schalten wir die Lokomotive ein und aus. Vielleicht war das auch irgendwo hier oben. Kann sein. Ist mir jetzt nicht genau bekannt. So, was haben wir denn hier vorne dran? Eine folgte Gravita wieder? Nein, sogar zwei Stück. 261057-4 Und wieder ein bisschen Leistung dazu. Ja, solltest du dich für das Szenario interessieren, also kannst du sehr, sehr gerne an meiner Webseite einen kleinen, kurzen Abstecher. FDL in Kier gibt es Probleme. Sie halten vor dem Hauptbahnhof am Hauptsignal. Okay. Ja, dann kannst du einen kleinen Abstecher über meine Webseite machen. Findest du unter www.thinknewflynew.de Das Ganze auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auch ich persönlich fahre das Szenario jetzt hier zum ersten Mal. Dazu muss ich auch sagen, vielen Dank für den lieben Editor, der hier dieses Szenario überhaupt erst ermöglicht hat. Ich selbst habe es nicht zusammengebaut. Hat mit dem Freund zusammen gebastelt. Lieben Dank an den auch. Und deswegen bin ich auch mal gespannt, wie die Fahrt heute hier ausgehen wird. Auf jeden Fall endet die jetzt schon mal irgendwie vor Kiel. Warum das Ganze der Fall ist, weiß ich tatsächlich nicht. Ich schätze mal, dass dort irgendwie was umgeplant wurde. Können wir mal kurz hier reinschauen in die Zielansicht. Ende, naja, in 12 Kilometern. Okay. Sie fahren den Atommülltransport, ne, die Atommülltransportwagen nach Kiel, welche dann auf die Fähre verladen werden und ihre Reise ins Ausland antreten. Ja, okay. Scheinbar wird dann halt dieser Atommüll irgendwo anders hin verschifft. Ja, das Problem im Schacht Asse 2 ist ja folgendes, dass die Atommüllendlagerlösung, sag ich jetzt mal, nicht so die beste war. Das hat nun mittlerweile halt auch die Politik eingesehen. Und da dort unter anderem, ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, Fässer schon durchgerostet sind, wo sich halt dieser Atommüll drin befindet, hat man gesagt, man versucht das Ganze jetzt irgendwie, ja, in der Situation zu entschärfen. Und quasi diese Atommülle, oder den Atommüll sicher abzutransportieren, sodass eben die Gefährdung der Umwelt und auch, ja, des Lebensraums halt minimiert wird. Das Ganze muss relativ schnell geschehen, weil man weiß teilweise auch nicht, in welchem Zustand sich manche Fässer befinden. Es kamen auch schon Bilder im Internet auf, wo man wirklich komplett durchgerostete Atommüllfässer gesehen hat. Und das hat mir dann persönlich auch so ein bisschen klargemacht, dass es, naja, wenn das wirklich der Fall ist, auch irgendwo ziemlich riskant ist. Weil wenn dieses, ja, dieses radioaktive Material in die Umwelt gelangt, in so großen Mengen, dann ist es natürlich für die Umwelt extrem schädlich. Aber ich kann nicht genau belegen, inwiefern diese Bilder wirklich aus der Asse 2 stammen, ob das irgendwelche Fake-Aufnahmen sind oder so. Also, ich habe keine Ahnung, ich war nicht da unten, deswegen an der Stelle hier auch, ja, keine Meinung zum Thema Atommüll. Ich finde das Ganze relativ interessant, gerade auch hier für so ein Szenario. Und ich bin mal gespannt, wie diese ganze Fahrt hier heute verläuft. Kannst du auch sehr, sehr gerne mal deine Meinung unter das Video drunter posten und zu sinnvollen Diskussionen anregen. Was haben wir denn hier? Die Lint-Triebwagen, wenn ich es richtig sehe. 6,48 wahrscheinlich. Na, Lübeck in dem Fall. Genau, 6,48. Ja, bei den Lint-Triebwagen gibt es auch die unterschiedlichsten Versionen. Wobei die Abkürzung Lint für ein leichter, innovativer Nahverkehrstriebwagen steht. Ich glaube, einmal gibt es die als Lint 41 und noch bei irgendeiner anderen Zahl. Auf jeden Fall existieren die als Triebwagen mit Knickgelenk und als, naja, durchgehende Triebwagen mit zwei Achsen, äh, mit zwei Drehgestellen, sorry, vier Achsen. Ja, aus der Ase 2 in Niedersachsen bis hier hoch in den Norden Deutschlands haben die Kastoren schon ihren Weg hinter sich. So, hier ist ein Gleisanschluss, der aber schon ziemlich verwittert aussieht. Also, wie gesagt, nochmal ganz kurz die Informationen. Das ist hier wirklich ziemlich fiktiv, dass wir mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde einfach so über diese Strecke hier donnern. Gerade bei so einem Kastortransport. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das langsamer vonstatten geht. Aber es ist ganz cool, gerade für den Train-Simulator, da können wir unsere Fantasie freien Lauf lassen. Das sieht so cool aus. Die Worte herrlich und schön würde ich jetzt in dem Zusammenhang mit einem Kastortransport mal nicht unbedingt verwenden. Auch wenn es wirklich ein interessantes Bild hier ist. Aber mich würde mal interessieren, wo diese Atommülle, oder wo der Atommüll dann hinverschifft werden soll. Weil weg von der Erde kommt er ja dann scheinbar auch nicht. Ich denke wirklich, die beste Lösung wäre es dann tatsächlich, wenn man sagt, man hat diese wirklich radioaktiven Verschlussbehälter irgendwo unter der Erde gelagert. Die aber wirklich so dicht sind und auch so sicher, dass dort gar nichts austreten kann. Ich denke mal, das wäre wirklich die beste Variante. Aber ich bin kein Atomphysiker, deswegen kann ich dir noch nicht sagen, wie das Ganze wohl am besten wäre. Auf jeden Fall hat das, ich glaube, Bundesamt für Strahlenschutz, so müssten die heißen, schon einige Messungen in der Asse 2 gemacht im Schacht. Und es wurde halt festgestellt, dass die Endlösung, so wie sie dort durchgeführt wird, nicht in einen erstrebenswerten Plan umgewandelt werden kann. Das müsste die Crossrail 266 sein. Aber soweit ich weiß, fährt die nicht mehr in dem Farbkleid rum. Ja, und hier für uns das Szenario hat man dann wahrscheinlich den Atombüll irgendwo hin ins Ausland geschickt. Nach dem Motto, weg von uns und schon ist es aus den Köpfen. Nee, aber da strahlt die natürlich nicht. Wobei doch, die vielleicht schon, aber eher im negativen Sinne. So, Leistung runter und abbremsen auf 70. Man merkt auch schon, wie langsam wirklich die Bremsen hier anlegen. Na, komm, gib mir ein bisschen mehr Bremskraft bitte. Ja, 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 komm, lösen, lösen. Aber lieber etwas zu weit runter gebrannt ist, als zu wenig. Okay, 1000 Hertz ist auch wieder ausgegangen. Die 70 behalten wir bei. Und dann wieder langsam Leistung aufschalten. Nochmal ganz kurz hier nach vorne fliegen. Da haben die das Polizeiauto einfach hier hingestellt. Okay. So, die 70 überhaupt einhalten. Nicht zu schnell werden. Und dann geht es hier vorne wieder weiter mit 90. Kurz mal den Zuglängenmesser aktivieren. Dann ist es ja auch gar nicht mehr so weit. Ah, da vorne leuchtet schon Ende. Okay. Dann müssen wir abbremsen. Oh, ja. Das heißt, auf uns halt erwarten. Nicht so stark. Komplett möchte ich sie aber jetzt auch nicht lösen, die Bremse. Einerseits halt mittlere Zugart, aber das ist gar nicht so schlimm. Da hätte es uns auch schlimmer treffen können, wenn wir in der unteren Zugart unterwegs gewesen wären. Aber erst mal runterbremsen. Ja, wie gesagt, stattet doch der Webseite gerne einen kleinen Besuch ab. Dort kannst du auch auf freien Wunschen, wenn du den Kanal unterstützen möchtest, eine kleine Spende abgeben. Ich persönlich würde mich sehr darüber freuen. Einfach als, naja, ich sag mal, kleines Honorar für meine Bemühungen. Und ja, wenn es dir gefallen hat, natürlich für das Video ein Däumchen nach oben. Kanal abonnieren, wenn du weitere Videos aus dem Transformator sehen möchtest. Und bei mir gibt es grundsätzlich jeden dritten Tag um 14 Uhr ein neues Video. Also, wenn du interessiert bist an Eisenbahn-Videos, dann bist du bei mir auf jeden Fall an der richtigen Stelle. So, komischerweise ist jetzt der 500 Hertz Gleismagnet gar nicht angesprungen, obwohl das Signal davon auf rot steht. Aber na gut, auf jeden Fall müssen wir hier anhalten. Und direkt rechts neben uns sitzt wahrscheinlich auch gerade die Fahrdienstleitung. Kiel Hauptbahnhof. K.O. Ja, K.O. ist immer möglich. Gut, ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Allseits gute Fahrt, deine ThinkNewFlawney und bis zum nächsten Mal.